ja lange geht die sonne auf und damit auch herzlich willkommen zurück zu und jetzt wo es wieder hell ist habe ich mir gedacht ey lass mal ja lass mal auf das ding da wieder gehen und die anderen inseln erkunden weil wir jetzt zum größten teil als abgefrühstückt es könnte sein dass noch irgendwas so rum fliegen könnte mal schauen aber ich denke wir gehen jetzt mal weiter und mit diesen 40 kristall war tatsächlich mehr an hier so geile sache machen kann also mehr das ist ein spring ding ich möchte trotzdem auf die kapitel um drauf habe ich dann doch noch gar nicht gemacht hallo kann ich jetzt so cool das wachsen okay dann wo jetzt runter springen über die folge schon gemacht okay hat er 0 von 6 jetzt nicht was macht das gut wo kann er noch keine ahnung bin aber das ähst ja gut aus Gotts soweit wissen wir jawohl kopfüber und so ich hoffe schon wieder kristaller auf den hier oben hinzugehen weiß nicht ob unten gab ich bin gespannt wie es dann später aussehen wird ob sie was falsch wenn wir weiter oben sind da wahrscheinlich 80 nix da unten die haben geist gekonnt ist auch voll die alter um ist richtig schwer keine ahnung was das schon wie jetzt echt jetzt oh man ich möchte ich möchte noch ein bisschen hoch wieder kommt cool ich möchte auf den pilz drauf ich möchte auf den pilz drauf bitte wieder kommt warte fack darauf ist klar fliegen sein okay jetzt nicht mehr ich denkst du mir das ja okay wir gehen immer runter warte wo wie was und wer gehen wir jetzt durch so wo gehen wir es halt lang ist die frage ich mache mal diese galle ansicht unter uns haben wir keine insel mehr haben noch um uns drumherum mehrere da vor einer da hätte wahrscheinlich mit dem ding hin bringen muss ne darf einer was wir mit dem da dahin gehen wir könnten aber auch und dann zu den inseln hier oben gehen ich würde sagen wir gehen erst mit dem nach da und das machen wir so so sind wir nämlich zu tief hier ist auch noch ein teil okay so vorsichtig ich bin nicht bereit ich bin noch nicht ach scheiße aber es war doch das ist ja wo ist es da kommen wir überhaupt soweit na schon da müsste man ja eigentlich obwohl er doch das wird was warum er wollte sich halt nicht mit dem ding connecten keine hallo ich habe noch dagegen gelenkt falsche hoch fliegt noch mit allen macht dann kommt man nicht weiter muss man aufpassen alter ich habe so dummes gefühl da hätten wir das wasser warum ich hier es sieht so aus als ob egal halt nicht was als ob das zeug hier im wasser wäre ich denke mal das wird lustig ich könnte vorstellen dass sie das soll einkraft das ist gut das ist gut zu nicht einkraft das ist egal ja 1 hat sich den probleme sowieso das ist geil und da an können wir irgendwie höher das ist lustig so lalalalalala da habe ich was gesehen da stopp ich will da hoch und den klopf hier und gehen da hoch nein 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 du machst jetzt keine scheiße auch passen müssen jetzt hier hoch um den drumherum so mache ich voll verkackt und gibt es ein neuer gespawnt vielleicht kommt gerne mal richtig verkacken weil der neue spawn es war auf jeden fall echt schlecht von mir und immer noch nur von der ersten aufgekackt so ich muss jetzt da hoch warte dort automatisch kaputt macht gar nicht ja das klappt gut ich muss sagen das premium habe ich noch mal eine chance ne ja shit ich wollte eigentlich da oben hin aber er hat mich nicht gedacht was machen ich kann nicht aber er hat nicht er hat sich gemacht hat er hat er getreten wie er bock hat und nicht in die auch schon gegangen wo ich ihn gelenkt habe das ist natürlich warte mal kann man nicht hier shit ich möchte aber da hoch vielleicht später drauf springen müssen wir uns halt merken alter okay okay darf noch einer gutes blatt das ist nicht gut da ist nicht gut obwohl kann das werden wenn ich mich daran festhalte ich möchte aber gar nicht nehmen ich möchte den nicht nehmen ich möchte jetzt hier hoch so weil die folge echt viel gemacht ist ja obwohl geht ihr mich da hoch und dann ja perfekt alter ja wird schon wieder nacht gut dann den hier nehmen und zu dem da gehen oder zu dem ich gebe zu dem vielleicht kann ich dafür da noch eine chance weiter zu gehen nein hat er nicht gemacht ähm nur als frage das ist doch richtig bescheuert was er gemacht bin ich ja aber ich möchte mich mal normal drauf stellen ich hätte auch damit zusammengelegt jetzt war das kann aber hat geklappt okay ich möchte jetzt einfach nur noch um geklappt das klappt das klappt die steuerung ist richtig komisch geworden das wird immer schwerer und wenn man immer höher geht das ist immer so für ich muss da unten rein kann das sein ja ok ich muss da unten rein alter jetzt ist auch wieder normal ach die grünen leuchten dinger muss ich töten quasi wie saft für die ach das ist quasi das ist ja sauge mit der weiter weg machen kann ich gehe jetzt auch total für kaffee gut zu wissen ob wir noch weiterkommen weiß ich nicht aber ja ja wir bauen sie hoch und schon knistern pilze sind auch hier vorne alle zu wie zu hause so ok wo ist denn der wo ist denn der hier ist einer achte wo das noch mehr voll gegen die pilzer gesprungen hier ist nicht mehr so hi ha 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 also immer hoch okay wir haben ihn auf jeden fall auf dann gucken wir mal wo jetzt hin gehen auf jeden fall ist noch meine idea auf und dann kriegt man da irgendwie daneben hin oder so hat er was ich sag das über nix ja egal upsala wie komme ich jetzt ein kuchen wir mal gibt es ein alter in der viele ich glaube ich dass wir dann kommen ich war doch mit dahin kommen ich halte die frage wohl zu möchten wir können den annehmen und einzukommen den namen dann gehen wir noch zu einem planeten mich zudem da was der der kopf denn immer den hier wird schon ausgedacht wird machen und da hatte ich zu viel lenken für einen fehler von mir jetzt wenn ich darf ich darf ich ja gut ich weiß nicht warum er zum rote geht das bekommen das bekommen bitte kommen sie knapp ganz oft ernsthaft aber wenn das ist nicht klappen dann ich sag dann nichts mehr wo geht er nicht zu viel lenken in den gamesaft dran in den gamesaft dran in den gamesaft dran perfekt aber das ist schwer geworden das ist auch schwer geworden ausgeht ok ich muss sagen auf jeden fall sind schöne spielchen für meinen rätsel abschnitt auf meinem kanal aus ist echt schön manche versprechen nicht nur dass die letzte ist ja okay hier wird angekommen und ich würde sagen dass man nach netten kristallen ob sala hallo hier ist ist hier keiner ich glaube ich dir nicht spiel denn lasst mich nur alter das sind die enden ab da oben oder ja das ist das ende pro es ende ging auch noch tausende mehr okay und das wird noch mit dem dauern du sollst schon davon habe ich dir nicht gesagt jetzt echt nichts drauf der volker von beruf okay wir gehen noch zu der darüber oder er kommen das können wir jetzt noch eine folge relativ schnell unterwegs ich möchte dem dann da hoch und so hat mir vorgestellt ob das gibt es was anderes nein 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 ich glaube wir können sterben ich glaube wir können sterben wir haben nicht gespeichert da oben noch nicht das lässt sich doch ändern ja hier nur gestartet und ich möchte nicht wieder hier starten die nächste folge das heißt es wird wieder eine 20 minuten folge jetzt wahrscheinlich ich möchte es da hoch da flott alter ja hier wir nehmen sogar eine abkürzung alles können oder wir hüpfen hoch mal schauen lässt sich anrichten ey wisst du was obwohl hoch hüpfen wird wahrscheinlich sauer sind oder nein 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 man so es geht auch perfekt nein ja das ist gut ich nein das ja so ok sieht man nicht so viel mhm kann man von hier aus noch irgendwo wo nicht geht das ok ja dann nehmen wir müssen wir schon ich glaube ich nur frauen leute merkte vielleicht wissen da hoch ne dann noch einfach ein export nach oben mit dem ding hier dafür ist auch da oder ja stimmt so wir müssen das eh noch mal eindocken hoch jetzt verkackts nicht ey da müssen wir auch noch hin vielleicht darf ich ja ne ich darf glaube nicht machen das mal schön nach ganz oben erstmal das wird langsamer das wird langsamer na das wird langsamer na na ja sind drin aber gerade ich hab's zu so unterwegs ist oben und dann können wir auf diesen geilen planeten obwohl da war mir jetzt ne glaube ich ja er fahrrad nach oben dann mal überlegen wo es ist warum das nicht war weil das war ein bisschen überfordert auf dem ding war ich da war nichts dran so daher müssen wir noch hin da müssen wir auch noch hin da kann mit so einem ding rüber dubbeln da möchte ich auch gerne auch noch hin das ist aber kein problem dann könnten wir gerade noch verbinden würde ich sagen mit dem hier unten das ist geil okay hammer so ich möchte gerne mit dem ding da oben verbinden problem ist dass es nach unten zeigt und wir müssen da hin das heißt mal lustig werden halt nicht gezählt ne egal dafür können wir umwelten und selbst denke ich heißt dann auch folgenden die grünen dinge haben die müssen auf jeden fall hin und zeigt unsere pflanzen nicht weiter und wenn ihr nicht wer echt kann man nicht hören aber auch noch was aber nur lustig wird immer richtig lustig gibt es eigentlich speichert ja noch ok hier gibt es glaube ich keine kristalle mal schauen habe ich da raus aus dem magnetfeld mal gucken nicht dass ich dafür noch die blume jetzt nicht und ich würde sagen ich werde jetzt noch die folge machen auch meine aufnahme session auf der session ging auch eine aufnahme pause so meinte ich das und das heißt nicht weil ich wahrscheinlich voll verpeilt da sitzen und zu decken was ist denn dort hier das habe ich noch nie gesehen keine ahnung es wird lustig und ja dann hoffe ich mal wir kommen bald da hoch und dann dankeschön fürs zusehen tschüss und bis zu einer weiteren folge von quo home